Das ist ja diese Show, wo Promi ist. Ich sag mal so. Ich finde der Ausdruck Promi ist auch ganz schlimm. Heute ist ja jeder ein Promi. Und ich hasse auch selber Promi zu sagen, weil ich sage immer, ich arbeite im öffentlichen Dienst. Und das sind halt Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Okay, wir sind aber auch nicht besser oder schlechter, wir sterben genauso. Also das muss man manchen, glaube ich, in dieser Medienbranche echt mal klar machen. Ich steuere alle. So ist es. Und ich war eben da, das heißt nicht, dass ich etwas Besseres bin, aber es gab nur noch dieses Kostüm. Und da haben sie mich in diesen Engel gesteckt. Und dann musste ich singen und die Leute mussten raten, wer steckt in diesem Kostüm. Und da war ich in der Engel und bin bis ins Finale gekommen. Und damals habe ich, ich habe ja schon immer Musik gemacht, aber die Leute nehmen das erst so, dass es seit dieser ersten Staffel 2019 so richtig war, dass ich singe. Und jetzt auch Peter Maffay singe mich auch als Musiker. Ich sage, dass er mit mir ein Duett macht, das ist auch eine Ehre für mich. Und tatsächlich, und ich habe mir jetzt erstmal überlegt, dass ich erstmal langsam anfange, und nicht gleich mit den eigenen Liedern, sondern erstmal gucken. Das, was ihr kennt. Also so von Marz Singer, da gibt es ein Lied, da habe ich gesagt, gleich als erstes. Damals der erste Staffel. Mich haben sie als erstes aufgeschickt. Ich war das Versuchskanate. Ja. Ich musste Sweet Dreams in Pop-Version singen. Von Eurismics generell. Sweet Dreams. Ja. Und da gibt es auch von Manny Manson. Und meins ist so dazwischen. Und ich singe es jetzt für euch live. Ja, 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 live. Deswegen, ich gebe mein Bestes. Und ich hoffe, es ist nicht gefehlt. Sweet Dreams. Ja. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020